Hallo, Willkommen. Es geht weiter und zwar dieses Mal gegen die Misuzune und ich hätte mich vielleicht schon runter teleportieren können. Wie komme ich denn nochmal in die... hier und da in die Detailkarte? So, Misuzune befindet sich gerade unten. Und ja, der wollen wir auf die Fresse geben. Wir haben schon die ganzen Käfer, also müssen wir die auch nicht einsammeln. Naja, die Radyan davor gemacht haben in der letzten Folge. Wunderbar. Und ich würde sagen, wir benutzen auch gleich mal irgendwas Schönes. Vielleicht die Marionettenspinne. Solange... Obwohl, müssen wir aufpassen, wieso Zune hüpft am Anfang direkt was weiß ich wohin. Wenn man sie einmal angreift, weil mir so zu ne fies ist. Hallo. Wupp. Oh. Oder auch nicht. Wir würden das so machen, wie wir das gerade gemacht haben. Oh. Wo gehst du denn hin? Direkt am Abhauen, Mann. Äh, Hundi, wo gehst du hin? Lass mal den Kleinen da in Ruhe. Der hat dir nichts getan. Genau. So. Naja, soviel dazu. Kaum Monster angegriffen und schon rennt es weg. Das machen die hier irgendwie gerne, habe ich das Gefühl. Also, Misu, du bist gerade ein bisschen elektrizitiert. Da will ich nicht direkt den Feuerkäfer einsetzen. Aber ich behalte ihn schon mal in der Liste. Leiste, was auch mal. Boom. Oh. Ja, ja, ja. Und Special Move macht... Ne. Macht der Special Move. Ich kriege den manchmal nicht raus. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, irgendwie will der manchmal nicht. Bisschen doof. Und... Komm schon. Boom. Das macht gleich Damage. Fatz. Der Firebug Attack. Oh, der bleibt dann so lange... So lange stehen. Aber der macht halt so guten Schaden. Das ist schon schön. Aua. Habe ich? Okay. Ich habe ihn erwischt. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Und? Fatz, fatz. Boom. Eigentlich bringt mir die Marionetten... Bin jetzt nicht mega viel, weil ich... Mit dem Jagdhorn kann man... Oh Gott. Mit dem Jagdhorn kann man sowieso... Ziemlich schnell... Auf den Monster reiten mit den Attacken, die es hat. Und diese blöden Blubberblasen, die stören mich gerade. Aber die sind bald weeeeg. Oh Gott. Nein. Ich komme nicht hier. Ich kann auch nichts aufheben. Pass auf hier. Ich lege sie hin. Boom. Dann reiten wir dich jetzt. So. Easy. Dann kannst du mir gar nichts... Dann gehen wir jetzt... Was weiß ich wohin. Tschüsschen. So. Gegen die Wand knallen würde ich. Ein bisschen weiter. Boom. Und noch ein letztes Mal in der Nähe von diesem kleinen schönen Lebenskäfer. Das wird uns da gleich was holen können. Und? Eigentlich müsste ich... Nee. Verdammt. Es gab noch irgendwie eine zweite Möglichkeit, diesen Mega-Mega-Special-Move einzusetzen. Ich nehme gerade... Und sie hier wieder gegen. Also erstmal hier... Den... Den Move. Und dann können wir eigentlich... Badadadadadadau. Okay. Wir haben nicht mit angetroffen. Aber ihr habt es gesehen. Ich habe ihn eingesetzt. Ein cool, cool Move. Ich komme jetzt erstmal weg hier. Ich muss schärfen. Na ja, mein Doggo. Ich brauche deine Hilfe. So. Das Schöne ist, wir können auch einfach auf ihn drauf schärfen. Und können damit auch noch in Bewegung bleiben. Das macht es so viel besser. Oh. Ein Wedge da benutzen zu können. Währenddessen man sich bewegt. Das ist ja so angenehm. So angenehm. Das sorgt alleine schon dafür, dass der Hund noch weiter auf meiner Tierliste ist. Im Vergleich zu den Kätzchen hier. Oh. Wo gehst du denn hin? Nein, nein, nein. Nein, nicht schon wieder. Habe ich schon die Blue Ball Bars noch für. Huh. Komm schon. Ich würde gerne eher deinen Kopf angreifen. Aber das ist gerade nicht so einfach. Weißt du was? Ich nehm die. Wir holen uns einfach eine Falle. So. Und dann wirst du gleich da reingehen. Und wenn ich jetzt noch bei deinem Kopf wäre, wäre das super. Und tatatatatatatatatatatatatau. Hey du. Boom. Ich mache mir nicht annähernd so viel Schaden wie bei der Rathian. Ja, ich glaube, das soll gibt es. Boom. Oh. Habe ich da auch gemacht. Ja geil. Dann gleich wieder. Und was? Am besten noch ein Special Move aufladen. Ich versuch's mal. Oh. Da haben wir jetzt auch gut getroffen. Das habe ich jetzt gesehen. Ja. Den haben wir jetzt super eingesetzt. Ich habe hier. So. Weißt du was? Dreh dich um. Und nein. Nicht so weit weg. Daneben. Oh. Das macht mich traurig. Den Move daneben zu hauen ist echt traurig. Weil das so viel Schaden hätte machen können. Aber egal. In so Zune. Was soll das denn? Bleib mal still hier. Ich will doch eigentlich. Pass auf. Gib mir mal. Ich komme da nicht hin. Danke. Ich will deinen Angriffsbooster haben. Aua. Ich kann dir theoretisch auch gleich die nächste Falle benutzen. Uh. Bitte nicht abhauen jetzt. Das war echt fies von dir. Weißt du? Du. Okay. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Genau. Komm rein. Easy. Und jetzt geht's ab. Und auch den Move. Boom. Nichts einfacher ist das. Und Tuch jetzt weg. Das dachte ich mir. Das haben wir souverän hinbekommen. Noch mal kurz schärfen. Nicht, dass wir das später machen müssen im Kampf. Ja. Funktioniert alles super. Finde ich. Ich bin happy. Das Jagdhorn ist eine tolle Waffe. Muss ich sagen. Ich. Oh. Ich muss schauen. Ich muss schauen. Es gibt einige Waffen, die ich in dem Spiel cool finde hier. Muss schauen. Mit was ich dann zu anfange. Und wie es weitergehen wird. Ähm. Pass auf. Miso zu. Ich will dich kaputt hauen. Aber hier ist ein schöner Käfer hier. Uh. Jetzt geht's auf die Fresse. Oh. Weiß nicht, wo ich da gerade hingepft bin. Ich würde jetzt gerne den Wirebug-Attack machen. Den Gassen. Aber. Oh. Wo ich es hin. Schnell. Schnell. Und. Eingriff. Oh. Nein. Das ist nicht da, wo ich hin. Hmm. Egal. Ich hab das im Schal gemacht. Das war jetzt nicht unbedingt der Ort, wo ich wirklich drauf hauen wollte. So. Aber egal. Aufs Gesicht. Ich. Boom. Oh. Ah. Da wollte ich irgendwie. Das wollte ich anders machen. Boom. Nicht mit mir. Und das Wunderbare ist, dass ich meine Waffe nicht rausholen. Ich mach einfach den Move zweimal. Auch wenn das der Langsamste ist. Aber egal. Und nochmal. Au. Und krieg auf die Fresse. Egal. Ich hab nicht gehalten. Ah. Okay. Nein. 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 Nicht mit mir. Heile Zeit. Okay. Schnell. Boom. So. Ja. Oh. Das schöne. Oh. Das so wach ist. Das die vermutlich der Grund ist, wieso wir. Wieso wie so Zune hier. So müde ist. Solange wir halt den Kopf angreifen. Haben wir dann den. Den. Schönen Bonus. Sag ich mal. Dass wir eben. Ermüdungsschal machen. Oder wie auch immer der heißt. Oh. Na. Das war jetzt doof. Was was? Oh. Super Hammer durch. Boom. Und auf. Und gut Schaden machen. Watz. Ich habe theoretisch mein Special Move da gerade. Aber. Problem bei der ganzen Sache ist. Ich weiß nicht, wie ich den jetzt am besten einsetzen kann. Nein. Ah. So. Komm her. Komm her. Hoi. Ja. Hm. Ich würde mich sozusagen. Liebes noch einmal umwerfen. Aber so einfach ist es glaube ich nicht. Hahaha. Ja. Gut. So viel dazu. Ähm. Und. Komm schon. Nein. Nein. Jetzt habe ich hinter ihm gehauen. Weil mir so zum Loch umgeflogen ist. Weil wir so krass sind. Aber trotzdem. Schade. Egal. Uh. Und ja. Schrei doch. Ist mir doch egal. Ins Gesicht. Boom. Fats. Ho. Das war ein sehr guter Image. Au. Ich habe dann auch ein bisschen auf die Fresse bekommen. Aber nicht so schlimm. Das war es mehr. Das war es mehr wert. Uh. Nicht mit mir. So. Erst einmal. Oh. Was machst du denn? Auf dich wegzutreten. Uh. Und dann mal umgeflogen. Oh ja. Wie oft will ich es umwerfen? Ich darf den Wisszuna einfach umwerfen. Das ist voll geil. Und. Watz. 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 Ha. Ich liebe das Jagdhorn. Boom. Oh ja. Schrei mich ruhig an. Ich gehe mal davon aus. Du haust jetzt eh ab. Ne. Noch nicht. Okay. Vermutlich bald. Boom. Der macht auch echt gut Schade. Er ist nur irgendwie etwas schwer zu treffen. Gute ist aber. Aber dass man halt die Superhammer hat. Wenn man hier einfach durch kann. Hm. Sag mal. Ich hoffe mal zu mir zu springen. Oh. Ich habe dich noch erwischt. Irgendwie. Oh. Pass auf. Was du da machst. Hm. Oh. Superhammer. Haha. Ich soll da nicht zu. Äh. Zu. Ich soll es nicht zu oft benutzen. Diese Superhammer. Weil ich natürlich trotzdem Schaden bekommen dann. Oh. Ja. Sonst. Ich fuchtel hier halt irgendwie in der Luft rum. Und treffe mich. So. Jetzt aber. Komm schon. Bau. Bau. Okay. Immerhin noch den Kopf abbestimmen. Und nochmal. Okay. Ja. Jetzt kam der Dash. Aber hey. Wir haben sie schon zum Humpeln gebracht. Das ging ja echt flott. Ich sag schon wieder sie. Misuzune ist männlich. Merken. Ich meine. Ist jetzt nicht. Ist jetzt eigentlich egal. Aber. Ich will doch der Lore entgegenkommen. Und. Und. Das richtig sagen. Das geht doch nicht. Oh ja. Discord-Sommer übrigens. Geht mal. Schaut mal die Beschreibung. Das ist ein Discord-Sommer. Vor allem zum Release und so. Allgemein. Werde ich. Also ich werde das Spiel. Hoffentlich sehr 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 viel spielen. Und hey. Es gibt da sicherlich auch noch einige andere Leute spielen wollen. Und auf meinem Discord-Server. Da gibt es auch einen Monster Hunter Channel. Aber also ja. Wunderbar. So. Wir suchen uns mal die Bomben raus. Und hoffen dass viel geht pennen. Weil ich da nicht immer. Nicht unbedingt super viel Hoffnung habe. Oh. Weil Misuzune will einfach manchmal nicht. Es humpelt jedenfalls in eine Richtung. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen. Vielleicht braucht Misuzune auch einfach nur 100 Jahre. Gefühlt funktioniert das aber hier gerade nicht. Passt auf. Wir können ja hier. Operation. Wunderbar. Ich glaube das wird nix. Ja. Das wird nix. Also es legt sich jetzt schlafen. Jetzt gerade in der Ecke. Ach das Scheißvieh geht nach unten. Willst du mich verarschen? Okay. Ja ich hab's verstanden. Anti-Dop drauf sammeln. Und. Auf die Fresse geben. Keine Bomben. Leider leider nicht. Es wollte nicht. Es wollte nicht pennen gehen. Dieses dreckige Vieh. Und ich glaube ich hab hier auch. Keine Fallen mehr. Aber ja gut. Bomben muss ja nicht unbedingt. Müssen ja nicht unbedingt. Die Bomben benutzen. Vor allem da unser. Einer. Einer Seilkäfer Move. Ja. Vermutlich. Mehr Schaden macht. Oder auf jeden Fall mehr Schaden macht. Da macht ja der zweite. Also das macht ja zweimal Schaden. Und der zweite macht ja allein schon 180. Was mehr ist als die 160 von den zwei Bomben. Hallo du. Würdest du die. Hättest du dich hier schlafen gelegt? Ach. Nee. Wirklich? Ey nicht angreifen. Hört auf. Wehe. Ich brech euch die Beine. Okay. Ja gut. So viel dazu. Dann machen wir das so. Wenn ich es jetzt richtig platziere. Hier. Weiter hinten. Ist vielleicht etwas zu weit weg. Ohm. Sleep Bombing. Bittadabam. Bist du zugebesiegt. Wunderbar. Ah. Dann haben wir das hier geschafft. I am happy. Oh die Musik. Oh ja. Ah. Okay gut. Wunder, wunder, wunderbar. Damit ist diese Folge hier. Ha. Wir können. Wirklich? Ja geil. Aber immer nur hinter uns. Das ist nice. Oh. Okay. Wieder was Neues herausgefunden. Ich freue mich auf das Spiel. Ja was wollte ich sagen. Wie gesagt. Discord zur Beschreibung habe ich ja schon erwähnt. Und ich beende dann diese Folge. Und. Ja. Ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ich habe es hier. Untertitelung des ZDF, 2020